Hallihallo und herzlich willkommen bei einer Folge 1916, der unbekannte Krieg. Das ist ein weiteres dieser Horrorspiele, das allerdings nicht so bekannt ist. Und ich habe mir gedacht, das probieren wir mal aus. So, also bei Off-Shift sprint ich, normal, E, Gasmaske, 1, 2, ok. Laden. Finde die Leiter. Gott. 1916 war ja Zweiter Weltkrieg. Warum läuft er dann nicht mehr? Gott. Eh. Ich kann doch nicht immer jeden Tag hier. Das ist ein Toter. Gott. Gott. Ey, ja, ok. Rad. 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 Ah! 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 Ah Gott! Was war das? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ah du Scheiße! Lauf! Ah du Scheiße! Claudia! Oh Gott! Ah du Scheiße! Ah du Scheiße! Ah du Scheiße! Verbiss dich du Scheiße! Ah du Scheiße! Verbiss dich. Du Scheiße! Was macht der? Nein! Geh weg! Nein! Oh! Alter! Okay. Es fängt nochmal von vorne an. Okay, das spiele ich nicht nochmal. Okay. Heftig, das zeige ich euch nochmal. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.